Macht's dir doch keine Mühe, wenn man Ports macht. Also bitte. Das ist ja albern. Jawohl. In Ordnung. Jawohl. Ich könnte noch eine dritte bauen. Ist das sinnvoll? Hm. Ich muss aber bedenken, da gibt's noch nicht wieder Ressourcen. Ich habe auch letztes Mal wieder Bilder von Comanicon 1 in der DOS-Festung gesehen. Oh Gott, hat man da wenig gesehen. Also. So richtig wenig noch. Da ist man mit High-Res Patch und so schon recht verbönt. Jawohl. Das ist schon richtig. Ist aber auch schöner. Also der High-Res Patch. So, wir bauen ja noch einen Panzer fertig. Ja. Was baust du denn? Fertig. Also baue ihn fertig. In Ordnung. Hm. Was kosten die Dinger überhaupt? 600. Also ein Sammler voll. Jawohl. Du warst ja nicht voll. In Ordnung. Jawohl. Du bist aber auch nicht voll. Niemand ist hier voll. Jawohl. Psch, 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 psch. Mein Geld ist immer ein Stream. Leer. Da haben wir noch Spice. Der Feind wird irgendwo da oben sitzen. Muss ja. Der getarnte Bass ist da unten. Er spawnt einfach eine Bass. Ah ne, Moment, das ist erst, das ist erst, guck mal an den Kunker 1, wo er über die gesamte Karte hinweg Gebäude bauen kann. Ah, du wirst da, ich weiß, was du brauchst. Jetzt darfst du den angreifen. Jetzt darfst du den angreifen. Ich weiß, dass wenn sie von da hinten kommen, die penner, die dummen. Aber wie erst bei den Schreis, die sie kaputt gemacht haben. Jawohl. In Ordnung. So. Krieg ich auch mal irgendwann Verschneidung? Müsste im Prinzip. Ich müsste, ja. Wobei. In Ordnung. Wenn ich keine Werkstatt habe, werden dann meine Angriffseinheiten auch abgeholt vom Kariol oder setzt das eine Werkstatt voraus? Dann wäre der Kariol tatsächlich halbwegs nützlich. Ja, toll, die bekommen einen Panzer und so. Und ich bekomme, ja, hast du so drei Leute. Und einen Panzer, ja, wow. Doch so viel, ne? Ich brauche nur zwei Einheiten, wenn die KI drei bekommt. So, in dieser Beschiss... Ah, nee, nee, die habe ich gekämpft. Was soll in dieser Beschiss hier schon wieder? Das ist eine gute Frage. Bist du die mal ausprobieren. Aber ich glaube, Werkstatt bauen bringt es nur so halb, weil... Ja. Bis man es endlich mal geschafft hat, da die Dings reinzubekommen. Die Einheiten ist halt... Man muss halt die ganze Zeit auch darauf achten, auf die eigenen Einheiten. So, bitte mehr bauen. Bitte gern ein N plus ein Panzer. Ich habe schon wieder kein Geld mehr. Jawohl. Jetzt soll ich doch drei Raffinerien bauen. Aber so eine Raffinerie kostet ja auch. Was kostet die überhaupt? Geld. 400, nee, das geht ja mit, sie sind aber noch. Das sind zwei Drittel Belagerungspanzer. Ja, ich muss den Scheiße mal wegbringen. So, perfekt. Jetzt muss das schon wieder was Blaues. Jawohl. Jetzt wollen die Blauen ständig von mir. Also willst du Frieden für alle bringen und dann kommen so blaue und rote Leute und wollen dich davon abhalten. Jawohl. Ich bringe ihnen doch Frieden. Mit meinen... Was war das? Frieden mit meinem... Zweimal 155 Millimeter Kanonen. Jawohl. Was sagt mehr als... Ich bringe Frieden wie zwei 155 Millimeter Kanonen. Jawohl. Seht ihr? Genau das meine ich. Jawohl. In Ordnung. So, geht man sie langsam mal suchen. Warum fliegt sie schon die ganze Zeit so ein blauer Penner rum? Nix sonst was zu tun. So, mein Job hier. Scheiß arbeitslose Piloten. Glaubst du? Schlimm. Wie viele arbeitslosen Piloten den ganzen Tag mit ihrem Flugzeug da rumfliegen? Jawohl. Es ist übrigens sehr klug die Basis so eng so beieinander zu bauen, wie ich schon gemerkt habe. Da hat die Rakete es viel einfacher alles zu killen. Jawohl. Wolle ich schon wieder einen Rahmen ziehen, Junge. Es gibt hier keinen Rahmen. Nee, nicht Sandwurm. Wo? Jawohl. Hallo. Achso. Nach dem Laden muss man erst eine andere Einheit anwählen und dann wieder Dings. Sonst kann man nichts anwählen. Ich hab's vergessen. Jawohl. Das ist natürlich richtig. Beschissen. Jawohl. In Ordnung. Jawohl. In Ordnung. In Ordnung. In Ordnung. Jawohl. In Ordnung. In Ordnung. Die Einheit nähert sich. Wär doch dumm vom Wurm gefressen. Komm schon. Jawohl. Sei nicht so. Aber die sind dann irgendwo rechts. Jawohl. Hier müssen die rein. In Ordnung. Was tut denn da jetzt für ein Scheiß? Gut. Das ist nicht komplett sinnvoll, dass ich euch habe. Chat, nichts neues. Gehen wir noch nach oben links, einfach aus Langeweile. Dabei haben die ja nicht schon wieder vielleicht zwei Basen, ich gehe mal besser gucken. Was soll es da hinlaufen? Ich habe so zweimal 0,5 Basen, glaube ich. So, jetzt stelle ich mal da drüben hin. Dann nehme ich mich hier drüben los. Wir haben zwei Basen, dann denke ich mich doch. Die Frage, wo ist ihre beschissene Bauernlage? Was haben wir jetzt wieder nix mehr? Was ist das nicht so gut? Da unten irgendwo ein Ruhm? Nee. Ähm, muss ich mich auch mal angreifen? Nee. Ja, muss ich auch nicht. Muss ja keinen Stress machen. Jawohl, jawohl, in Ordnung, jawohl. In Ordnung, jawohl, in Ordnung, jawohl, in Ordnung, jawohl. Schauen Sie sich realistisch. Jawohl, in Ordnung. Ja, muss ich mich in zwei Richtungen auch verteilen wollen. Erstmal näher angucken, wo dir hier das wichtige Bauzeug steht. Da ist ja noch Ressourcen. Alles gut. Wieso stehst du nicht da unten? Rechtfertige er sich. Moral ist niedrig, er schieß doch mal ein. Das boostet die Moral richtig. Das ist so albern. Ja, was steht da? Ja. Hier ist noch eine Werkstatt. Kommt noch mal nach oben. Große Fabrik und Werkstatt. Ja, halt. Du da. Ja. Ernte die paar Flecken weg. Was in dem Spiel erstaunlich viele Ressourcen sein können. Kommen da nicht irgendwie Einheiten runter? Vielleicht auch nicht. Vielleicht auch nicht. Vielleicht habe ich mir auch noch eingebildet. Jawohl. In Ordnung. Äh. Nein. Fahr, fahr. 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 Ach, Moment. Da ist Stein. Fahr dahin. Ha. Dummer Wurm. Jawohl. Ja, ich bin glüder als du. Wie kommt der denn jetzt da vorbei? Der wurde wieder abgesetzt, ne? Jawohl. Ich hab noch ein bisschen Geld zum reparieren. Jawohl. Nein. Oh, das Gefühl. SI'. Da Fuc. Ach, figg dich doch. Jawohl. Jawohl. ัi��동. Jawohl. 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 Lah,figg dich doch. Ach, figg dich doch. Jawohl. Äh, fick dich doch. F***er, ich bin so dumm Na toll, jetzt Ja geil, jetzt habe ich die Einheit da oben verloren Oh, dass ich mir was gebracht hätte Ah, den habe ich nicht gesehen Ach, F*** dich doch Jawohl, in Ordnung Jawohl, in Ordnung Jawohl Ach, ich sehe die 2 als Ersatz In Ordnung Ja, der kommt da rum, oder? Jawohl 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 In Ordnung Jawohl In Ordnung Jawohl In Ordnung Jawohl Töten denn mal den Jawohl Hut Ist halt zu dritt, ihr könnt ihn töten um den armen muss man alles reparieren jetzt hier wieder wo noch irgendwas wegplatzt hab ich den Bogen jetzt gekillt? weiß ich nicht jawohl, jawohl, jawohl hab ich den Bogen jetzt gekillt oder hauen die irgendwann ab? ist der Typ mit Ahnung noch drin nee die hat sich gedacht, kein Bogen auf die Scheiße ah, so links seh ich nix wer weiß, was die oben drüber noch haben ich könnte nen Traik bauen ach nee das muss sein ich hab ja noch die normalen Panzer schon später vielleicht brauchst du wieder Geld mein Panzer wird irgendwie auch schon ein bisschen kaputt das heißt sie muss ja auch nicht anzufangen in der Zukunft wieder ersetzen jawohl 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 gut, ob man wenigstens weiß, was man bauen muss dann ist das alles schon so ein bisschen einfacher jawohl, jawohl oder nicht irgendwie Geld und Zeit damit verschwendet einfach alles zu bauen so haben wir wenigstens null wenn schon pleite dann richtig, ne so oben links tut sich nicht viel oben rechts auch nicht jawohl die KI ist richtig bemüht so, da rollt ein neuer Panzer an jawohl 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 was macht die KI erstaunlich wenig sie hat alle Hoffnung aufgegeben Die KI ist depressiv Eine Runde Mitleid mit der KI Ich weiß es keinen Chat gibt Sonst könnte ich sie fragen Was wieso ihr Problem ist Ob sie darüber reden möchte Ich bring das mal vor Ich speichere besser mal Nicht dass der Wurm hier gleich wieder auftaucht Gibt es eine begrenzte Menge an Würmer Tauchen die zufällig auf Ist nie vordefiniert Nach einer gewissen Zeit Schickt die gegnerische KI die los Warum fliegt ihr ständig in Carrywall bei mir rum Was ist das alles Warum mache ich Let's Plays Was soll diese Sind das ein Scheiß Was ist wie dieser Carrywall hier die ganze Zeit Was das hat der für Probleme Ich sag es ja Die arbeitslosen Piloten Die nichts anderes zu tun haben Als den ganzen Tag Mit dem scheiß Flugzeug Da rum zu eiern Was eierst du denn da rum Bist du doch nicht ein Sammler Hm Das würde einiges erklären Kann die KI Die Dinger steuern Wahrscheinlich ja Warum sollte sie das nicht können Ist ja kein menschlicher Spieler Warum weiß ich mir Haare aus dem Kopf Fragen nur Fragen 90% 64% Das sind die Dinger Dostbox Schneller Wahrscheinlich schon Wenn man richtig viel Zügel draufballert Dann sollte das normalerweise schneller laufen Normalerweise ja Was ist denn hier der KI los Müsst ihr nicht mal irgendwas tun Also ich meine Ich würde mich jetzt nicht beschweren